Guck mal da vorne, da vorne sind zwei Rehe oder wie das heißt und ich bin sehr gespannt drauf, ob diese zwei mich dann später, wenn ich dann in den Zelten gehe, ob die mich dann mit diesen, mit diesen hier mal im Zelt anbrüllen, damit ich wie letzte Nacht aus dem Schlaf rausgerissen werde von diesen Viechern.